Die Marktlage ist als Agentur einfach gerade nicht so geil wie noch vor ein paar Jahren. Also wenn du jetzt eine Recruiting-Agentur bist, die sich auf Handwerk und Industrie spezialisiert hast, wirst du sicherlich merken, Cold Calling läuft nicht so geil und generell die Aufträge werden immer schwieriger, sich darum zu bemühen. Und deswegen möchte ich dir hier mal die drei Maßnahmen mitgeben, wie du deine Umsätze in 2024 noch weiter steigern kannst. Also wenn du bei 50.000 im Monat bist, auf die 100.000 easy kommst, beziehungsweise wenn du auf die 100.000 kommst, kannst du mit diesen Tipps hier sogar verdoppeln, auf 200.000 im Monat. Und dazu gibt es quasi drei Dinge, die die meisten so tatsächlich noch nicht machen. Und die möchte ich quasi mit dir gemeinsam durchgehen. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Alexander, ich habe über 600 Agenturen in den letzten Jahren betreut und skaliert. Das heißt, da in jeglichen Bereichen geholfen, das ganze Thema aufzubauen. Und genau, drei Säulen oder drei Maßnahmen sind mega wichtig, die ich hier quasi einmal mit dir gemeinsam durchgehen möchte. Das erste ist das Thema Inbound-Selling. Die meisten machen Kite-Aquise und an sich hat das auch immer einigermaßen gut funktioniert. So, aber jetzt gerade merken immer mehr Leute oder immer mehr Agenturen, dass quasi die Einwände, die du bis zum 20.000 heute anrufst, immer schwieriger werden zu handeln, beziehungsweise vor allem im Recruiting, dass die Leute halt teilweise keinen Bedarf haben. Klar kann man auch auf Auftragsgewinnungen gehen. Manche sagen, Recruiting-Agenturen werden sterben und deswegen muss man jetzt Auftragsgewinnungen machen. Sehe ich nicht ganz so. Aus der Praxis weiß ich, dass Recruiting sich immer noch sehr, sehr gut verkauft. Man braucht da vor allem das richtige System. Also man braucht quasi ein Inbound-Selling-System. Kann ich gleich nochmal genauer erklären, was ich damit meine. Aber wir brauchen ein System, wie wir planbar und automatisiert und vor allem auch ohne manuellen Zeitaufwand an Kunden kommen. So, was meine ich jetzt damit, beziehungsweise wie funktioniert das Ganze? Du brauchst ein Outreach-System, sag ich mal, was du mit KI unterstützt, dass Leute, also wir nennen das auch Signal-Based Outreach, dass Leute, wenn sie Bedarf haben, eine personalisierte Sales-Nachricht bekommen. Und immer ganz konkret dazu werden, also du musst einen Workflow bauen, den kann man auch dann natürlich nochmal ganz in den Detail reinladen, wie das genau funktioniert. Aber grundsätzlich musst du einen Workflow bauen, wo quasi, wenn jemand eine Stelle ausschreibt, eine Nachricht kommt auf der jeweiligen Plattform oder wo auch immer, dann ganz genau, das kommt auf die Plattform, sag ich mal, an, mit einer persönlichen Ansprache. Hey, lieber Herr Müller, wie auch immer, ich habe gesehen, dass Sie gerade, oder dass Sie die Stelle nach dem Mechatronikern ausschreiben. Hier habe ich eine Videoanalyse für Sie vorbereitet, wie Sie das Ganze quasi sehr schnell besetzen können, ohne auf teure Headhunter und Co. zu setzen. Liebe Grüße und dann deinen Namen. Also relativ kurz und knackig, und das hört sich jetzt erstmal nach sehr viel manuellen Aufwand an, aber all das, was ich gerade beschrieben habe, erfordert nicht deinen Zeitaufwand. Du setzt das System einmal auf und deswegen nennen wir es halt Inbound-Selling-System, weil die Leute sich dann aufgrund des Videos einen Termin bei dir inbound buchen. Du hast noch nie vorher mit denen gesprochen, du hast die Leads nicht recherchiert, du hast einfach nur ein System aufgesetzt, wo quasi du circa 1 bis 10 Prozent der Nachrichten, die rausgehen, in Termine verwandelst, die sich dann einbuchen. Das ist sehr simpel an sich quasi vom Grundkonzept. Wir arbeiten halt da mit künstlicher Intelligenz, also mit Chat-GPT. Wir arbeiten quasi mit einem Videoanalyse-Tool, wo du einmal eine Videoanalyse aufbaust, quasi eine Videoanalyse über die Webseite des Kunden oder die Karriere des Kunden machst und das dann quasi on-scale produziert werden kann, auch durch dieses Tool oder durch KI könnte man sagen. Und so hast du quasi einen Workflow, wo die Leute personalisiert, automatisiert und zuverlässig angeschrieben werden, aufgrund eines Bedarfs, den sie haben. Und dann, wenn dein Messaging noch so ist, dein Copywriting noch so ist, dass du dich abhebst von anderen Agenturen. Das kommt natürlich jetzt auf die genaue Zielgruppe an, wie du das Ganze machen kannst, aber das ist grundsätzlich möglich. Dann hast du eben einen extrem planbaren Workflow und kannst dann da quasi die Leute einfach sehr, sehr gut erreichen. Das ist Punkt Nummer eins. Natürlich kann man da nochmal genauer drauf eingehen, aber einfach nur, dass du quasi die Übersicht erstmal hast. Das zu haben, hat einen enormen Wettbewerbsvorteil und genau wie das funktioniert, das gehen wir dann später nochmal genauer drauf ein. Das zweite Thema sind Mikro-Freelancer. Gerade in der heutigen Zeit ist es sehr, sehr, also es passiert mega viel mit KI und Co. Und da macht es nicht unbedingt Sinn, sehr viel immer nur auf Vollzeitmitarbeiter zu setzen. Und verstehe mich nicht falsch, Vollzeitmitarbeiter sind mega geil. So, gerade, also es gibt ja die typische A-Player-Mentalität, wie findest du richtig geile A-Player? Und gerade, wenn du zum Beispiel Leute im Sales hast oder wo auch immer, ja doch, sagen wir mal, vor allem im Sales, dann macht es schon Sinn, dort Vollzeitmitarbeiter zu haben. Oder ich sage mal, das Core-Team, was du aufbaust, da sind Vollzeitmitarbeiter mega nice. Was ist das Problem natürlich bei Vollzeitmitarbeitern? Also was ist das Problem? Du hast aber noch sehr viel, was nicht direkt Umsatz bringt, nämlich Firmen-Events, Teamkultur aufbauen, dich selbst zur Leadership-Persönlichkeit entwickeln, was auch nicht unbedingt leicht ist, was nicht alle Leute sehr, sehr gut können. Dann quasi werden Leute krank am Urlaub. Wenn du es mal wirklich ausrechnest, wenn jemand 4K brutto bekommt und dann 30 Urlaubstage hat, dann auch mal krank ist, dann auch mal quasi nur wahrscheinlich 5 Stunden von 8 Stunden am Tag produktiv arbeitet, weil er dann auch nochmal irgendwelche Meetings hat, wo er irgendwie über die Teamkultur gesprochen wird und so weiter. Da gehen wir von 5 Stunden optimistisch aus, wo jemand produktiv arbeitet, wahrscheinlich sind wir bei den meisten sehr weniger. Dann sind wir ungefähr bei dem doppelten Gehalt, sind wir ungefähr bei 8.000 Euro im Monat, was wir dem tatsächlich zahlen, brutto. Und genau, das ist eben ein Thema, wo wir aber Systeme schaffen können und gerade in dieser volatilen Welt, wo sich relativ viel verändert. Was ist die konkrete Lösung? Mikrofreelancer. Was ist ein Mikrofreelancer? Das sind Freelancer, wo du den Tätigkeitsbereich so klein, feinteilig unterteilst, dass du mit hunderten Freelancern am Ende des Tages arbeitest, aber ein super stabiles System hast, weil jeder immer nur einen ganz, ganz kleinen Teil macht. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn es jetzt darum geht, eine Video-Werbeanzeigen zu produzieren für deine Kunden, angenommen, du hast eine Video-Agency, dann kann es eine Person geben, die da den Videoschnitt an sich macht, aber davor sucht jemand die passenden B-Rolls raus, davor sucht jemand quasi aus der Kamerafahrt, schneidet das Ruckeln weg und macht nur den Rohschnitt. Dann gibt es jemanden, der den tatsächlichen Videoschnitt macht, dann gibt es jemanden, der dieses Video in die Captions-App lädt und quasi die Captions, also die AI-Untertitel quasi hinzufügt. Und dann gibt es jemanden, der das auf Facebook hochlädt oder was auch immer, also quasi jeden Mikroschritt unterteilen, weil so bist du dann gerade, wenn die Leute nicht Deutsch sprechen können oder müssen, bist du dann eher bei 10, 15 Euro Stundenlohn, teilweise sogar 5 bis 10 Euro Stundenlohn für super simple Sachen und dann für aufwendige Sachen bist du natürlich dann beim Videocutter vielleicht bei 50 Euro und bei einem normalen, also quasi bei anderen Sachen vielleicht so bei 15 bis 20 Euro und kannst du das viel feinteiliger unterteilen. Die Leute werden nur dafür bezahlt, wenn sie wirklich was schaffen, also du hast quasi keine, also ja, du hast das keinen, super wenig Overheadkosten, keine Krankheitszahlen und so weiter, super leicht austauschbar und es ist eine super smooth, runde Maschine, so, weil quasi alles von A bis Z durchgetaktet ist, jeder weiß genau, was er zu tun hat, wann er es zu tun hat und ja, alles läuft quasi super gut durch und das System ist super nachhaltig, weil nicht eine Person alles wissen hat, sondern eine Person einen kleinen Step macht und super easy austauschbar ist. Wie man solche Leute findet, super entspannt, so, du fragst quasi in der, also du fragst auf quasi den ganzen typischen Freelancer-Plattformen, bist du bereit, lieber Freelancer, eine 20-Minuten-Testaufgabe unbezahlt zu machen? Von 100 Leuten, die du anfragst, werden ca. 90% sagen, ja, sind sie bereit zu? Denen schickst du die Testaufgabe, guckst einfach nur nach dem Ergebnis, es geht nicht nach Persönlichkeit, es geht nicht nach den ganzen anderen High-Ring-Kriterien, die wir normalerweise haben und so hast du super entspannt die passenden Leute an der passenden Stelle und wenn das System so gebaut ist, dann ist es quasi gerade für Leute, die nicht die krasse Leadership-Persönlichkeit sind, die nicht die charismatischen Leader sind, wo sie irgendwie, ja, keine Ahnung, super krasse Leadership-Skills haben, sondern für Leute oder gerade auch für Sachen, wenn wir jetzt quasi auf den dritten Punkt zusammen zu sprechen kommen und der macht dann quasi alles auch rund, kannst du eben mega viele verschiedene Sachen abbilden und bist ja wahrscheinlich deutlich günstiger, als wenn du eine Agency beauftragst, beziehungsweise deutlich günstiger, als wenn du quasi einen Vollzeitmitarbeiter beauftragst und hast quasi so eine In-House-Agency, könnte man sagen. Und da kommen wir dann quasi zum dritten Punkt, damit kannst du dann das Mädchen für alles sein, also früher wurde es ja propagiert, mach nur eine Dienstleistung für eine Zielgruppe, und das stimmt auch immer noch, gerade nach außen hin solltest du sehr spitz grundsätzlich positioniert sein, quasi hintenrum im Backend ist aber auf jeden Fall sinnvoll, wenn du jetzt eine Recruiting-Agentur bist, Auftragsgewinnung dazu zu nehmen oder irgendwie die Mitarbeiter-Onboardings für deine Kunden mitzugestalten oder Coachings anzubieten, wie man irgendwie mehr Benefits in sein Unternehmen bringen kann oder, ja, das wären so die typischen Sachen, zur Auftragsgewinnung selbst kommen wir dann auch nochmal, welche Möglichkeiten es da gibt, aber das ist jetzt einfach so vom Grund-Tenor. Und das sind alles natürlich mega viele verschiedene Themen, aber die kannst du halt quasi nutzen, also da kannst du quasi die Mikro-Freelancer nutzen, die abzuarbeiten, weil auch das kann man ja wieder mega feinteilig unterteilen. So, nehmen wir das Beispiel Auftragsgewinnung. Da gibt es zwei bis drei große Sachen, die wirklich Sinn machen. So, das Erste, was du immer machen sollst als Recruiting-Agentur, wenn du Auftragsgewinnung für deine Kunden anbietest, ist das Thema Google Search Ads. So, warum Google Search Ads? Weil, also da kann man auch mal kurz nochmal ein Video zu machen oder haben wir vielleicht sogar auch nochmal eins, was ich mal veröffentlichen kann zu dem Thema. Google Search Ads, Quick Win, du willst immer am Anfang des Sammer mit einem krassen Quick Win erzeugen, und das ist generell auch ein sehr, sehr wichtiges Learning, versuch am Anfang der Zusammenarbeit die besten Nuggets zu droppen, die Leute direkt happy machen. Wir haben festgestellt, auch bei unseren großen Agenturen, die wir betreuen, wenn Leute in der ersten, also die ersten drei Monate grundsätzlich happy sind, bleiben sie sehr wahrscheinlich für immer. Also es gibt so eine magische Zahl, bei manchen sind es drei Monate, bei manchen sind es sechs Monate, wenn du ein wirkliches Retainer-Produkt anbietest. Eine Recruiting-Agentur ist jetzt kein Retainer-Produkt, eine Recruiting-Agentur wird meistens als Retainer verkauft. Wenn man ehrlich ist, ist es aber kein Retainer, sondern es ist quasi ein Projektgeschäft, die Leute wollen ein paar Stellen besetzen, danach sind sie froh, wenn der Vertrag zu Ende ist. Aber ich meine, es ist gerade ein richtiges Retainer-Produkt, zum Beispiel eine E-Mail-Marketing-Agentur, eine Facebook-Agentur, was einfach durchlaufen kann. Seine YouTube Ads Agency oder eine YouTube Organic Agency, wo man einfach durchlaufen kann, wo man immer, je mehr man macht, desto besser ist es. Da haben wir gemerkt, wenn die Leute, je nach Agency, drei oder sechs Monate bleiben, wenn sie bis dahin bleiben, bleiben sie konstant sich für immer. Das ist halt echt wichtig und deswegen ist es unglaublich für dich, in den ersten sieben Tagen oder ersten sieben bis vierzehn Tagen ungefähr, krasse Quick-Wins zu präsentieren, wo man sagt, hier, richtig geil, das haben wir jetzt alles schon geschafft. Und Google Ads sind in der Regel ein Quick-Win, bei manchen, die natürlich Google Ads als Hauptdienstleistung anbieten und da sehr wenig Suchvolumen da ist, können auch Facebook Ads ein Quick-Win sein, aber ich rede jetzt mal generell von Industrie und Handwerk. Da machen wenige Leute Google Search Ads, das heißt, wenn man das vernünftig aufsetzt, kann man das sehr, sehr gut machen. Das heißt, Google Search Ads als Quick-Win, danach hast du quasi SEO als Strategie, die du langfristig durchziehst oder quasi LinkedIn Outreach, um Aufträge zu bewähren. Das heißt, du brauchst einen automatisierten Prozess, um über LinkedIn die Zielgruppe zu adden. Da gibt es natürlich auch nochmal so ein paar Best Practices und so weiter, da können wir dann auch später nochmal darauf eingehen, wenn ihr dazu Fragen habt. Und quasi die werden dann geaddet und angeschrieben oder automatisiert teilweise auch angeschrieben oder personalisiert, je nachdem, was das für eine genaue Zielgruppe ist. Und darüber werden dann Termine für den Kunden gelegt. So, und genau, das kannst du dann aber sehr, sehr gut abbilden, wenn du eben mit den Mikrofinanzen arbeitest, weil jeder kann ja ein Ministrip übernehmen. Manche adden nur den ganzen Tag Leute nach einem gewissen Kriterium. So, da musst du nicht Deutsch für können, das kannst du für 10 Euro die Stunde auslagern. Und zwei Stunden am Tag reicht wahrscheinlich, das zu tun und zahlst du da 20 Euro pro Kunde. So, das ist sehr, sehr entspannt. Und dann quasi gibt es natürlich noch andere Steps zu, die LinkedIn-Beiträge schreiben, veröffentlichen, reviewen. Und du kannst dich ja auch in jedem Step mit einbeziehen, wenn du es möchtest, musst du aber nicht. Und durch dieses Mikrofinanzen-Prinzip hast du eben eine sehr, sehr effektive, effiziente Kostenstruktur. Und genau, dann natürlich die Onboardings und Coachings. Das sind Sachen, die du auch sehr, sehr gerne anbieten kannst. Also, dass du quasi Benefits, Optimierungen machst und solche ganzen Geschichten. Ich sage aber so, gerade bei den großen Agenturen ist mittlerweile Auftragsgewinnung oder bei den großen Recruiting-Agenturen 50% des Umsatzes. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die gerade im Backend sehr, sehr gut funktioniert. Also, ich würde dir empfehlen, falls du noch nicht machst, jeden Monat einmal alle Kunden anzurufen, alle Bestandskunden, alle Ex-Kunden und dann eben das ganze Thema mit der Auftragsgewinnung abzuarbeiten. Genau, das erst mal so dazu. Und wenn du das als Gesamtkonzept umsetzt, Inbound-Selling-System, dass du planbar, automatisiert, ohne Werbüche, Inbound-Termin in deinem Kalender hast, mit Mikrofilanzern arbeitest, die super kostengünstig sind, die du jederzeit wegkratten kannst, hast du eine extrem hohe Profitmarge. Also, das hier sorgt für einen vollen Terminkalender, das sorgt für die hohe Profitmarge und das sorgt quasi auch für die Gewinnmarge, aber vor allem auch, dass du hintenrum länger mit den Leuten arbeitest, weniger Akquise machen musst und ein sehr nachhaltiges Geschäftsmodell aufbaust. Wenn du diese drei Sachen in 2024 etablierst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du dieses Jahr nochmal verdoppeln kannst. Und genau, wenn du dazu Fragen hast, schreib es einfach in die Kommentare. Wir können auch noch weitere Videos zu diesen einzelnen Themen machen. Und dann freue ich mich, dich im nächsten Video zu sehen. Dein Alex.